ja hallo und herzlich willkommen hier ist euer monstermal germany und ja ich möchte auch meine community darüber informieren ihr habt ja jetzt schon am titel gelesen ja ich würde sagen wir reden über das thema ich muss etwas absagen ich werde mich jetzt aber abseits hinbegeben um euch das einmal in einem video zu erklären genau fahr einfach über die straße genau rennt über die straße ja und zwar geht es um das thema rollertreffen auch so schwer es klingt und so schwer so schwer auf mir auch fällt zum aktuellen zeitpunkt muss ich euch leider mitteilen wird es dieses jahr also beziehungsweise es wird es geben aber ich kann euch jetzt nicht sagen dieses jahr wie gesagt das rollertreffen 2020 was im april geplant war sage ich hiermit aktuell und offiziell ab es gibt die regelungen und ich möchte euch daraus nicht unnütz in irgendwelche gefahren bringen ich möchte euch auch nicht gesundheitlich irgendwie jetzt schädigen oder sonst irgendetwas deswegen ist das rollertreffen 2020 was wir im april machen wollten abgesagt euch fällt das vielleicht nicht schwer also beziehungsweise das ansehen ist ja nicht das problem aber mir fällt es schwer denn es hat letztes jahr nicht geklappt es wurde sich so darauf gefreut dass wir dieses jahr ein rollertreffen machen das wird es nicht geben zumindest zum aktuellen zeitpunkt nicht bitte ab verständnis dafür ich muss die gründe ja glaube ich wohl nicht nicht näher aufzählen aber ich werde mich jetzt mal ganz kurz abseits hinstellen und mal ausgiebiger mit euch darüber sprechen dass sie auch mal es geht nicht um die aktuellen situation die wir haben es geht allgemein voll die schlaglöcher und drängler wie sau es geht nämlich darum genau hier geht es darum ich möchte keinen personen die da jetzt am treffen zum beispiel teilnehmen würden ich möchte nicht zum aktuellen zeitpunkt dass im prinzip bei irgendjemand gesundheitlich zur jetzigen krise da irgendwie die probleme bekommt ich möchte es auch nicht wie gesagt ich müsste im prinzip die gesundheitsrichtlinien einhalten für ein treffen und es ist einfach so ich aber wie gesagt ich halte da hinten an einem punkt an und dann reden wir mal ausführlich dann packe ich auch die kamera hier ganz kurz um dass ihr sehen könnt worum es hier geht und wieso ist und ich denke mal jetzt wird hier keiner rumkommen aber ich werde euch einen schöneren ausblick geben genau der ist perfekt hier so schön ok geht nicht schade egal aber gleich egal so jetzt oder aber ich kann doch darum gehen oder ich kann doch darum gehen akkus sind auch geladen ich weiß dass zum aktuellen ich kann doch darunter hier kann ich doch perfekt ich habe einen ganz geilen spot gefunden scheiße geht auch nicht ja leute so liebe monster gemeinde ich habe mich jetzt extra mal abseits begeben ich hoffe ihr könnt mich gut sehen ansonsten gucke ich mal packen wir das mal so bisschen tiefer gucken wir mal könnt ihr mich sehen ja gut so liebe monster gemeinde erst einmal noch mal hier ein riesen hallo an euch tut mir leid ich verschnaufen muss weil ich musste gerade den weg hier so rum gehen mit dem roller und musste mir jetzt gerade so einen platz suchen um abseits wie gesagt das hier was um worum es geht euch hier in diesem video zu erzählen so aus aktuell angegebenen anlass muss ich hiermit offiziell das rollertreffen 2020 was im april geplant ist und war absagen ich bitte euch um verständnis dafür ich denke mal das werdet ihr haben ansonsten wie gesagt dürft ihr auch gerne unten in den kommentaren eure meinung reinschreiben ich möchte keinen da draußen von meinen abonnenten gefährden weder gesundheitlich noch sonst in irgendeiner form da ich dieses jahr ein roller treffen machen wollte sage ich das hiermit ab es ist meine aufgabe meine community darüber zu informieren denn ich bin derjenige der gesagt hat wir werden uns dieses jahr treffen deswegen mache ich ja dieses hier habt bitte verständnis dafür wir werden sehen wie die aktuelle zeit das ganze eventuell dass ich irgendwas ändern sollte sobald sich irgendwas ändert das kriegt ja jeder mit in den nachrichten und sonst irgendwas werde ich mich nochmal dran setzen wenn ich genau weiß zu 100 prozent dass alles safe ist dass alles sicher ist dann werde ich auch zu 100 prozent euch bescheid geben wie der aktuelle standpunkt ist machen wir ein treffen machen wir kein treffen wie gesagt ich habe mich extra hier ein bisschen abseits hingestellt die natur noch ein bisschen zu genießen denn da drum geht es dann habe ich da oben gerade gesehen dass da oben wohl ein ein polizeiauto steht wie ich gerade sehe ja ja steht ein polizeiauto sehe ich gerade okay die das ganze kontrollieren mittlerweile ihr habt es mitbekommen große menschenmassen werden kontrolliert ja ich bitte euch auch darum macht es nicht bleibt zu hause wie gesagt haltet euch bitte einfach an den regeln okay jetzt fahren wir weiter haltet euch einfach an den regeln leute ich möchte nicht dass ihr euch unnötig in irgendeiner gefahr irgendwie da jetzt sagt mit freunden und verwandten zu treffen wir haben es aktuell so das bleibt auch so wie gesagt ihr dürft gerne eure meinung jetzt zu dem das was abgesagt haben oder dass ich es abgesagt habe dürft ihr unten gerne in die kommentare reinschreiben ich weiß das ist einfach so es klingt für euch hart aber es ist aktuell zu dem zeitpunkt ist es so ihr dürft dem video gerne einen daumen nach oben geben ihr dürft gerne die natur hier noch genießen und ich würde sagen wenn es euch gefallen hat kommentieren liken und wir sehen uns im nächsten video euer monster mod germany haut rein ciao wir sehen uns im nächsten video